I'm meant to find this thing, but I'm sure Yo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja Leute, in dem heutigen Video möchte ich euch zeigen, wie ihr ganz einfach unbegrenzt vom Radar verschwinden könnt. Dafür braucht ihr einfach nur ein Casino Penthouse und eine Penthouse Garage. Und einen Job, den Job, den werde ich euch in der Videobeschreibung verlinken. Ja, wenn ihr das habt, dann können wir auch direkt rein starten. Begibt euch einfach hinten zum Fahrstuhl, also im Casino zum Fahrstuhl. Und dann seht ihr, da habt ihr so einen gelben Kreis. Ja, geht einfach zum gelben Kreis hin. Nun müsst ihr auf Penthouse Garage gehen, dann drückt ihr Steuerkreuz rechts und sofort die X-Taste. Gut, bei mir hat es jetzt gerade nicht geklappt. Werde ich es einfach nochmal probieren. Also wichtig ist auf jeden Fall, dass ihr X drückt und sofort Steuerkreuz rechts, so dass ihr in die Garage geht und zeitgleich den Job startet. Dann müssten wir jetzt einmal durch die Map fliegen. Ganz genau, das ist auf jeden Fall perfekt. Jetzt hat es auch schon geklappt. Und das war es auch schon. Ja, ihr seid jetzt sozusagen vom Radar verschwunden. Ihr werdet jetzt nicht mehr auf der Map angezeigt. Also ihr werdet jetzt permanent im Casino angezeigt, obwohl ihr gar nicht mehr im Casino seid. Und ja, ihr erkennt das daran, dass die Map unten bei euch ein bisschen verbuggt ist. Und links daran erkennt ihr, dass ihr jetzt auf der Radar seid. Und ja, das war es auf jeden Fall auch schon mit dem Video, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen, wenn es denn so sein sollte. Würde es mich noch auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.